Es ist wichtig, seinem Partner regelmäßig zu sagen, wie sehr man ihn liebt. Am besten täglich. Das muss nicht immer auf die herkömmliche Weise sein, in einem persönlichen Gespräch, sondern du kannst beispielsweise auch Liebesbotschaften im Haus verteilen. Stell dir doch mal die Überraschung vor, wenn dein Partner die Botschaften entdeckt. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Liebesbrief auf dem Kopfkissen, einem Schokoladenherz auf dem Frühstücksteller oder vielleicht sogar ein Liebesgedicht am Kühlschrank? Ist doch seltsam, dass wir so etwas nicht mehr machen. Aber heute wäre ein guter Tag dafür, wieder damit zu beginnen.